Hi Leute, ich grüße euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem Video. Es ist ein Update nach, ja, für meine Verhältnisse eine ganz lange Zeit, dass ich nichts veröffentlicht habe. Und ich möchte euch heute mit diesem Video ein paar Infos und News geben. Wie ist der Stand der Dinge? Wie sieht es bei mir aus? Und das ist natürlich vor allem an die Leute gerichtet, die dem Kanal schon seit Jahren folgen, die mich schon seit Jahren supporten und die immer wieder bei Videos dabei sind. Ganz egal, um welche Games es zum Beispiel gegangen ist. Und euch möchte ich natürlich besonders auf dem Laufenden halten und informieren, was Sache ist, damit ihr wisst, womit ihr zu rechnen habt und womit nicht. Ich, ja, bin sehr viel in mich gegangen, schon die letzten Monate. Ich habe einiges jetzt hinter mich gebracht, viel Arbeit gehabt, Umzug hinter mich gebracht, sehr viel alleine auf die Beine gestellt in den letzten Monaten. Ich habe sehr viele Entwicklungen durchgemacht, sehr viele Gedanken hatte ich hinter mir jetzt. Und, ja, bin sehr viel in mich gegangen einfach und habe über mein Leben, über meinen Charakter, über mich selbst nachgedacht und mich auch sehr viel weiterentwickelt persönlich. Das ist schon eins meiner Hauptziele, seit ich etwa 15 Jahre alt bin. Und seitdem bin ich sehr viel dabei, an mir selbst zu arbeiten und mich selbst persönlich weiterzuentwickeln, ohne einen Hintergrund zu haben, dass ich mich persönlich weiterentwickele, um mehr Geld zu verdienen, sondern um mich persönlich weiterzuentwickeln, um ein besserer Mensch zu sein, um in meinem Leben für mich mehr zu erreichen. Und da habe ich jetzt auch erleben dürfen in den letzten paar Jahren, was sich alles verändert, wenn man sich selbst eben auch verändert und weiterentwickelt und Menschen oder Wege mit Menschen trennen sich, mit verschiedenen Menschen. Und es sind auch Dinge passiert, das wissen auch viele von euch, die ich jetzt lange Zeit mit mir rumgetragen habe, auch in meinen Gedanken. Aber ich habe jetzt sehr gut mich davon verabschiedet und ich habe sehr gute Wege für mich gefunden, um weiterzumachen. Und da kommen wir leider auch zu einem Punkt, den vielleicht einige von euch jetzt nicht so feiern werden. Der ist, dass von mir Gaming-Content in dieser Art und Weise, wie ihr es von mir jetzt kanntet und gewohnt wart, diese Art von Content wird so nicht mehr kommen. Also man könnte jetzt, wenn man es ganz krass ausdrückt, könnte man sagen, ich höre auf. Aber dem ist nicht ganz so, denn ich habe nicht vor zu sagen, boah, ich habe jetzt hier einen Cut und ich mache das nie wieder und ich mache das gar nicht mehr. Sondern es ist vielmehr so ein fließendes Prinzip. Mein Schwerpunkt hat sich einfach sehr stark verändert. Ich habe in den letzten Jahren, vor vielen Jahren jetzt schon, habe ich aufgehört zu rauchen zum Beispiel. Ich habe jetzt aufgehört, Alkohol zu trinken. Ich habe jetzt vielmehr wieder angefangen, Sport zu machen und lege meinen Fokus wieder sehr stark auf sowas. Überhaupt mich mit Wissen, Büchern, solchen Sachen zu beschäftigen und auch mit meinem sonstigen geschäftlichen Dasein auseinanderzusetzen. Das hat viel mehr Fokus bekommen bei mir in meinem Leben. Und was ich sonst immer bisher auch mit Games gemacht habe, verschwindet deshalb auch immer mehr von der Bildfläche. Und ich war in den letzten Jahren nie immer der große Zocker, nie immer der große Gamer, der jetzt, ihr wisst es ja selber, die mega ersten Guides rausgehauen hat, weil er acht Stunden Zeit hat, am Tag zu zocken oder am Tag nicht so viele Herausforderungen hat, dass er es sich leisten könnte, acht Stunden die Nacht durchzuzocken. Meine Tage sind dafür viel zu anstrengend und viel zu fordernd. Und deswegen, es ist nicht so, dass ich sage, oh, ich bin jetzt kein Gamer mehr in der Hinsicht, sondern es ist vielmehr, dass ich sage, ja, wenn ich mal Zeit und Lust habe, werfe ich mal irgendein Spiel an und habe da vielleicht mal eine Stunde Spaß dran an einem Abend, wenn es mir mal passt. Aber das ist nicht genug, um jetzt, sage ich mal, einen Gaming-Kanal zu betreiben, einen erfolgreichen Gaming-Kanal vor allem nicht. Deshalb ist es bei mir so, ich werde jetzt ab jetzt YouTube nutzen und wahrscheinlich auch noch andere Social Media, wie zum Beispiel Instagram und TikTok wieder. Also Instagram hatte ich auch mal, aber eine ganze Weile nicht. Falls ich da wieder was habe, packe ich euch das in die Videobeschreibung auch unten rein. Und ich habe jetzt noch einen anderen YouTube-Kanal eröffnet und da schaue ich jetzt, ob ich weiterhin Content hier auf dem Reddix-Kanal bringe, allerdings nicht zwanghaft zu Gaming, sondern auch zu ganz anderen Sachen vielleicht. Aber worauf ich euch einfach hinweisen möchte, ist, Gaming-Content, wie ihr es kanntet, wird nicht mehr so kommen. Das heißt, es kann sein, dass ich vielleicht in einem Monat oder zwei Mal ein Video mache über ein Game, was ich gerade mal ein bisschen angeguckt habe, wo ich sage, hey, Leute, das finde ich cool oder das macht mir daran Spaß. Es kann aber auch sein, dass jetzt aus deinem Mal gar nichts kommt und es kann sein, dass mal was ganz anderes kommt. Also zum Beispiel, ich fahre gerne Longboard. Kann auch sein, dass ich mal ein Video darüber mache und vielleicht poste ich das auch einfach hier im Relics-Kanal rein. Weil mir geht es ab jetzt nicht mehr darum, YouTube zu gefallen, dem Algorithmus zu gefallen. Also wenn ich jetzt Videos mache, ab jetzt geht es mir nicht mehr darum, Aufrufe zu bekommen und damit Geld zu verdienen, sondern es geht mir um eine Botschaft. Es geht mir darum, darauf hinzuweisen, was mache ich gerade. Und Leute, die sich dafür interessieren, was ich mache, was ich erstelle, erzeuge, anbiete, als Unternehmer zum Beispiel auch. Dafür möchte ich zum Beispiel YouTube nutzen oder Instagram oder TikTok. Aber ich möchte nicht quasi den Weg gehen, den ich bisher gegangen bin, dass ich sage, oh, ich muss jetzt YouTube gefallen, damit ich so viel Aufrufe wie möglich bekomme, damit der Kanal erfolgreich wird und ich mir dadurch meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Darum wird es nicht mehr gehen. Das Thema ist tot. Das kann ich mal hier ganz deutlich sagen. Das Thema ist vorbei. Und deswegen, ich habe immer, ich habe jetzt versucht, anfangs des Jahres, ich habe ja ein Video gemacht im Dezember, ich habe versucht, wirklich alles reinzubuttern hier in den Kanal und wirklich Content zu erstellen, der auch langfristig überleben kann, Evergreen-Content sozusagen. Manche, die das beobachtet haben, haben das vielleicht auch mitbekommen. Allerdings, ich habe hier nicht wirklich Land gesehen, was das angeht und ja, alles, was ich aus den Analysen rausgezogen habe, mittlerweile ist, ich habe keine Lust, mich versklaven zu lassen, quasi von diesem System YouTube, wie es momentan aufgebaut ist, sondern ich werde YouTube nutzen und nicht der Sklave von diesem YouTube-System sein. Denn auch wenn ich mich umschaue, wie es anderen geht, anderen Content-Creatoren im Gaming und so, was man sieht, was machen sie, wie ist deren Strategie, wie sind die unterwegs, je mehr ich das gesehen habe, beobachtet habe in letzter Zeit, desto mehr habe ich ganz glasklar für mich erkannt, oh no, das ist nicht das, was ich will und selbst Leute, die 100.000 Abonnenten haben und was weiß ich, was mehr, ich möchte nicht mit denen tauschen. Das ist, also ich habe mir vorgestellt, wie wäre es für mich, wenn ich dort wäre und wenn die Zahlen höher wären und dies und das. Ich möchte mit gar nicht tauschen, ich will das gar nicht mehr. Sondern ich will mein Ding machen und ich will diese Plattform dafür nutzen, um mit den Menschen zu kommunizieren und in Kontakt zu treten, die sich für das interessieren, was ich mache, für das interessieren, was ich bin und für das interessieren, was ich vielleicht auch zu bieten habe, mitzuteilen habe, an Erfahrungen weiterzugeben habe durch mein Leben bisher und dafür möchte ich diese Plattform nutzen, um den Kontakt mit diesen Menschen, mit euch eben weiter aufrecht zu erhalten und der Rest ist mir ab jetzt hier in diesem Social Media Ding völlig egal. Und das wollte ich euch mitteilen, damit ihr wisst, okay, ziehe ich da noch mit, also ihr, wenn ihr euch Gedanken darüber macht, ziehe ich da noch mit, mit unregelmäßigen Content, weniger Content, ganz anderem Content, ist das überhaupt noch was für mich oder nicht und deswegen dieses Video, damit ihr einfach Bescheid wisst, wie ist aktuell die Lage und damit ihr entscheiden könnt, wie es für euch dann auch weitergeht auf dem Relics-Kanal. Alle interessanten Links, die ich für euch vorbereitet habe, findet ihr unten in der Videobeschreibung oder in der Kommentarspalte von mir angepinnt und ich denke, wir sehen uns auf diesem Kanal schon wieder. Ich kann euch noch nicht sagen, wann, ich kann euch noch nicht sagen, wie, aber es wird passieren. Also ich bin nicht weg, ich höre nicht komplett auf, Videos zu machen oder so, denn das ist etwas, was ich unglaublich gerne mache und das werde ich auch nicht aufgeben. In diesem Sinne, Leute, ich danke euch ganz, ganz herzlich für euren Support. In der ganzen Zeit, es war eine supergeile Reise, auch im Gaming-Bereich und so. Ich hatte so viel Spaß mit euch, auch beim Streamen. Streamen ist vielleicht auch nicht ganz vorbei, vielleicht komme ich irgendwann mal wieder einfach mal rein, aber es wird halt keine Regelmäßigkeit mehr haben. Es war trotzdem eine wunderschöne Zeit mit euch und ich bin unglaublich dankbar für alle Leute, die einfach Support gegeben haben in jedweder Richtung. meine Bücher mal sich gegönnt haben bei Amazon oder sogar die Print-Version gekauft haben oder Kanal-Mitgliedschaften und so weiter und die ganzen Spenden auf Twitch und so weiter. Vielen herzlichen Dank einfach an alle, die mitgemacht haben über diese Jahre hinweg und ihr habt auch dafür gesorgt, dass das überhaupt so lange geht, wie es gegangen ist. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch was. Alles Gute weiterhin und wir hören sehen, lesen uns bestimmt mal wieder, wenn ihr wollt. Bis dahin. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.